Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Happy Birthday, liebe Kino-Tagesstätte. Happy Birthday to us. Kinder, Zeit für die Kino-Tagesstätte. Film ab! Mit dieser wunderschönen musikalischen Einleitung feiern wir unseren vierten Jahresgeburtstag. Es ist der Wahnsinn. Vier Jahre Kino-Tagesstätte mit an meiner Seite Christian. Hi. Hallo Marius. Ich werde alt. Der Podcast wird alt. Du wirst auch alt, denke ich mal. Oder fühlst dich noch jung und frisch? Jung und frisch wie am ersten Tag. Also gut, wir hatten jetzt keine Technikprobleme, um das irgendwie zu simulisieren. Kommt vielleicht noch. Jetzt habe ich es beschrieben. Ah Gott, jetzt geht das Internet mindestens in 20 Minuten ist es weg. Wir müssen uns beeilen. Und ein Knacken auf der Tonspur und alles übersteuert. Und das muss noch alles ... Zur Feier des Tages habe ich mein Mikrofon jetzt auch andersrum gehangen. Sprichst du mit Absicht wieder falsch rein, ja? Ja, 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 ja. Und wir bauen heute extra viele Ams ein. Genau. Ähm ... Äh ... Äh ... Und Huster und Reusperer und alles. Ach ja, die guten alten Zeiten, als wir noch ganz unbeschwert podcasten konnten. Oder auf vernünftige Soundqualität zu achten. Ach ja, die Zeiten ohne Anspruch. Es war einfacher, das Leben damals. Aber je älter man wird, desto schwieriger und komplizierter wird es. Das ist in der Podcast-Feld genauso, ja. Aber wir sind heute hier, um ... Nicht auf vier Jahre Kino-Tagestätigkeit. Das können wir mal beim fünften Geburtstag vielleicht machen. Das ist auch mal so ein Rundumblick. Aber heute soll es tatsächlich um das letzte Podcast-Jahr gehen. Also mal ein bisschen interner, so ein bisschen ausplaudern. Äh ... Wir werden unsere beste Folge küren und unsere schlechteste Folge. Äh ... Natürlich auch. Denn Selbstgetrick ist der erste Weg zur Besserung. Und ... Ähm ... Ihr könnt natürlich uns auch gerne schreiben, was eure Lieblingsfolge und ... Eure Lieblingsfolge und natürlich auch die schlechteste Folge. Welche Folge hat euch mal nicht so gefallen? Äh ... Gerne auf unserer Seite Kino-Tagestätigkeit.com, bei Twitter oder sonst wo, wo ihr uns erreichen könnt. Äh ... Uns das gerne mitteilen. Feedback, nicht nur heute, immer gerne gesehen. Joa. Ich würde mal gern mit ein paar Statistiken anfangen. Ja. Du hast ja auch alles ausgewertet. Ähm ... Der große Freund hier von Excel-Tabellen, Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Dorffte wieder eine Excel-Tabelle machen. Er möge beginnen, bitte. Ja. Ähm ... Ich sag jetzt schon, äh ... Fun Fact. Fun Fact. Die älteren ... Das ist auch lange her. Äh ... Unsere Top 100 der Dekade war das, ne? Ja. Aber wir müssen mal wieder so eine richtige Top 100 machen. So richtig schön. Ich wollte jetzt gerade für ... Für das ... Also wir plaudern noch nicht aus, was für unsere Folge 100 geplant ist. Aber ... Jetzt wollte ich gerade vorschlagen, dass wir da eine Top 100 machen. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht ganz hin. Nee, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber unsere Top 100 der Dekade ist immer noch eine der meistgehörten Folgen aller Zeiten. Nicht nur bei uns, sondern allgemein im Podcast-Kosmos. Ja. Ich mag auch so Top 100. Inhaltlich komplett leer meistens. Aber es hat trotzdem was Schönes. So ein Top 100. Das ist einfach ... Das war ja eine große demokratische Umfrage. Und insofern, da gab es ja ein paar durchaus beachtliche Filme, die da zumindest in den ersten 50 gelandet sind. Die zweiten 50 waren ... Also die oberen 50 waren ja noch stark. Aber ich mag sie nach wie vor, die Folge. Ich auch, ja. Also da kann man wirklich immer wieder gerne reinhören. Wenn man noch mal wissen will, wer was entschieden hat zu den Top 100 Filmen der letzten Dekade. Bis zur nächsten Dekadenumfrage ist es leider noch ein bisschen hin. Müssen wir noch ein bisschen durchschalten. Sieben Jahre schaffen wir. Ja, das gehen wir hin. Haben wir ja schon fast die Hälfte. Hä? Egal. Ich bin jetzt Stastistiken. Und zwar möchte ich euch ein bisschen was erzählen zu unserem Podcast. Wir haben insgesamt im letzten Jahr 16 Hauptfolgen gemacht. Und dazu kommen noch 34 Nachsitzendenfolgen mit anderen Themen. Das macht insgesamt 50 Folgen. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht, äh, mach doch hier einen Freitag eine Folge. Nee, letztes Jahr macht ... Statistisch wird es ein bisschen schwierig. Das vergangene Jahr mit anderen Jahren zu vergleichen. Denn, äh, erstens haben wir zwei Folgen weniger gemacht. Denn eine kleine Podcast-Folge, äh, Podcast-Pause ist in Kraft getreten, als uns der gute Benjamin verlassen hat. Und, äh, er ging aber mit einem Knall. Das muss man dann im Nachhinein sagen. Denn, äh, die letzte Folge mit ihm, die osmiomische Erziehungsstelle. Nach fast einem Jahr habe ich dann auch mal gelernt, wie man das ausspricht. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was das ist, aber, äh ... Das ist das Element Osmium. Ach ja. Element? Metall? Legion? Hm. Ein sehr seltenes Mineral jedenfalls. Zumindest unsere erfolgreichste Folge des Jahres. Dicht gefolgt von, ähm, dem südkoreanischen Kino. Danke an dieser Stelle, Yannick, äh, für, für deinen Besuch und deine Expertise in dieser Folge. Jetzt habe ich mich auf Platz drei gar nicht vorbereitet, aber ich schaue mal ganz kurz. Das müsste sein, Männlichkeit im Film. Ja, genau. Das ist auf Platz drei, was mich sehr freut tatsächlich, weil das erstens eine gute Folge war, wie ich fand. Und zweitens jetzt nicht unbedingt ein Thema ist, wo ich größere Zuschauer, Hörerinnenzahlen als sonst, ähm, in Erwägung gezogen hätte. Ja, das ist ein Thema, was, glaube ich, sehr polarisiert. Und insofern hat das dann auch ein paar Leute wahrscheinlich angezogen. Aber die anderen beiden Themen, gut, die ist immer eine Umbridge, natürlich, die polarisiert auch so ein bisschen. Aber das südkoreanische Kino ist ja jetzt nichts, was irgendwie ein großes Aufregerthema ist. Ich glaube, das ist einfach nur der, dem Trend geschuldet oder vielleicht auch Yannicks Teilnahme. Ich weiß nicht, was er für eine riesige Follower schafft in seinen sozialen Netzwerken hat. Aber die ist wirklich durch die Decke gegangen. Im Vergleich auch zu den anderen Folgen, die wir zu zweit oder beziehungsweise nach Bennys Abgang produziert haben. Ja, also, hier stellen wir mal Danke an Yannicks Follower und Follower. Oder er hat einfach nur einen sehr großen Freundeskreis, das weiß ich nicht. Oder er hat sich selber 300 Mal gehört. Oder auch das, das kann natürlich auch sein, aber das kann man, das ist okay. Das verlangen wir auch von jedem Gast jetzt. Ich kann auch gerne zum Nachsitzen übergehen, da war unsere erfolgreichste Folge, das Filmquiz. Wir haben ganz am Anfang des Jahres mit Ecke nochmal einen Filmquiz gemacht, wo wir gegeneinander angetreten sind, wir drei. Und Ecke hat das Quiz gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, Benni hat das Quiz gemacht. Ja, was hast du gemacht? Benni? Meines Wissens hat Benni das Quiz gemacht. Und dann haben, ganz am Ende ist dann die Entscheidung zwischen Ecke und mir gefallen. Ja, das ist es. Auf den letzten Metern, das Til Schweiger-Ranking hat es mir versaut. War das das letzte Mal? Ich weiß nicht. Ecke wird uns vielleicht aufklären in den Kommentaren. Zumindest war diese erfolgreiche Filmquiz an sich, sind immer so ein bisschen besser geschaut. Macht uns auch immer sehr viel Spaß. Ist halt nur so ein bisschen Arbeit, in Anführungszeichen. Also es braucht ein bisschen Vorlaufzeit und ein Gast. Und wenn ihr Gast sein wollt in diesem Podcast, dann könnt ihr das auch sehr gerne sein. Und zwar uns einfach anschreiben und dann ein Thema mitbringen. Wir stellen uns vor, quatschen ein bisschen. Und dann seid ihr in diesem Podcast sehr herzlich willkommen. Ja, apropos Gast. Ich meine, wir haben es ja von Anfang an, seit wir zu zweit sind, verkündet, wir möchten gerne mehr Leute bei uns haben. Und es war dann ja erst mal im Sommer, im Herbst so ein bisschen dünn. Aber wir haben dann doch ja ein paar nette Gäste gehabt, die sich uns angeschlossen haben. Natürlich Ecke ein paar Mal dabei gewesen. Immer gern gehört, gern eingeladen. Und Yannick ja auch für zwei Folgen dabei gewesen. Dann hatte ich das Gespräch mit der Andrea David zu ihrem Buch. Und ja, den guten Danny hatten wir noch für die Football-Film-Folge eingeladen. Der hatte da die Expertise mitgebracht, die sportliche Fachexpertise. Und das hat mich auf jeden Fall gefreut. Und deswegen immer gerne neue Perspektiven, neue Stimmen, neue Ansätze reinbringen. Ist immer gern gesehen. Und ich kann so viel verraten. Wir haben auch schon eine Folge in der Mache mit einem neuen Gast, die in den nächsten paar Wochen erscheinen wird. Auch so ein sehr schönen Thema und ein Thema, das, glaube ich, besser als kein anderes herausstrahlt. Solange es um irgendwas mit Filmen geht, ist hier alles so willkommen. Ja, oder seit Serien. Das geht ja auch. Serien, Serien gehen natürlich auch. Aber auch wenn wir dieses Jahr so ein bisschen zu Serien gesprochen haben, vor allem Game of Thrones, also House of the Dragon und das nächste Ringe der Macht. Schon fast wieder vergessen, wie diese Serie heißt. Ja, Filmen ist bei uns nach wie vor Fokus. Aber trotzdem Serien auch immer gerne besprechen, wenn man halt die Zeit hat, das zu gucken. Ich hatte eigentlich erst in der Planung, eine Folge zu Wednesday zu machen mit jemandem. Aber das wird wohl wahrscheinlich nichts, weil ich nicht über drei Folgen dieser furchtbaren Serie hinauskomme. Ja, ich habe gedacht, zur zweiten Staffel, die ist ja schon angekündigt. Ich kann damit auch nichts anfangen, aber ich freue mich, dass Tim Burton wieder einen Erfolg hat. Ja, soll er haben. Mein Gönnz. Ja, Tim Burton. Hast du reingeschaut da? Ja, ich glaube eine Folge, eine halbe Folge. Irgendwie mal reingeschaut, um zu gucken, ob mich das direkt catcht oder nicht. Naja. Nein. Aber ich bin ja eh kein Serienschauer. Aber ich habe jetzt ein Crunchyroll-Abo, tatsächlich. Also jetzt gerade erstmal Testphase und dann ab März wahrscheinlich, ab einem Semesterferien, werde ich mir ein paar Animes geben. Vielleicht kann ich da mal was berichten. Ja, dann kurz zur Laufzeit der einzelnen Folgen, also nicht aller Folgen. Wenn ihr die ganzen Folgen aus dem letzten Jahr hören würdet, dann würdet ihr die magische Zahl von 42 Stunden dafür brauchen. Bisschen mehr. Könnt ihr jetzt schon mal anfangen, also unter zwei Tagen Seite durch. Und unsere Hauptfolgen gingen fast auch eine Punktlandung ein. Da haben wir nämlich einen Durchschnitt von 89 Minuten gebraucht. Und unsere Gradwanderung zu dritt war immer so 90 Minuten für eine Hauptfolge. Was also sehr gut gepasst hat. Und gut, das Nachsitzen dauert 35 Minuten, 35 Sekunden. Was auch sehr lustig ist. Als hätte ich mir die Zahlen ausgedacht. Und da muss man dazu sagen, da ist natürlich von dem großen Quiz, das irgendwie 73 Minuten gedauert hat, bis zu, unser Review zu 8 Uhr Scheiße, hat 17 Minuten gedauert. Ja gut, das ist halt der Vorteil, wenn man einen Podcast macht und nicht eine Radio- oder TV-Sendung, die immer die gleiche Laufzeit haben muss. Ja. Dass wir auch sehr schwanken können. Und je nachdem, es ist ja bei uns immer so, wenn Redebedarf herrscht, dann reden wir halt mehr. Und wenn kein Redebedarf herrscht, dann reden wir halt weniger. Oder weniger Redebedarf herrscht, sagen wir so. Genau, genau. Wir lassen uns da nicht hetzen, solange wir irgendwann auf den Punkt kommen. Apropos auf den Punkt kommen. Ja, ich wollte irgendeine Überleitung basteln. Ja, ich wollte auch gerade, also ich war gerade verwirrt, in welche Richtung die gehen soll. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Aber, ähm, nee, nee, mir fällt auch nicht sein. Manchmal sagt man einfach nur apropos und dann macht man einfach weiter im Text. Es sei denn, du willst noch irgendwas zum Statistiken und zum letzten Jahr allgemein sagen? Naja, man kann ja mal den etwas größeren Aufschlag machen und sagen, dass das natürlich, ähm, die Meldung, dass uns Benni nach drei Jahren verlässt, hat uns natürlich so ein bisschen getroffen Anfang des Jahres. Ja, und das hat man vielleicht dann auch in unserer Folge gehört, wo wir besprochen haben, wie es weitergeht, dass das, dass wir so ein bisschen Findung erstmal machen, wie, wie machen wir jetzt weiter, machen wir überhaupt weiter, unter welchem Namen und mit welchem Konzept. Und diese, ich sag mal, wir haben ja keine konzeptuelle Neuausrichtung gemacht, eher so eine Anpassung, äh, und sind nach wie vor bei den Hauptfolgen geblieben, die nachsitzenden Folgen weniger ins unbedingt Kreative hinein. Natürlich waren da immer auch noch so ein paar Spielformate dabei, die sind aber deutlich zurückgegangen und stattdessen hat sich das auf Einzelfilmbesprechungen fokussiert. Und ich muss sagen, da, da haben wir uns über das Jahr für meine Empfinden sehr gut eingegroovt. Das macht mir Spaß, einfach nur 20, 30 Minuten mit dir über einen Film zu sprechen, über einen spezifischen Film und nicht jetzt irgendwie das große Thema aufzumachen. Und ich finde, das funktioniert ganz gut in der Dynamik. Also ich bin nach diesem etwas ernüchternden Start ins Jahr, bin ich doch sehr happy, in welche Richtung sich das, unser Podcast entwickelt hat. Und ja, das ist einfach ein Projekt, was mir auch dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht hat und was es hoffentlich auch noch weiter machen wird. Auch wenn wir vielleicht, wir haben es schon mal intern so ein bisschen ausgewertet, vielleicht so ein bisschen zu viel Einzelfilmbesprechung in Richtung Herbst gemacht haben. Aber das ist ja auch, liegt ja auch in unserer Natur, dass wir dann gucken, okay, machen wir das weiter, wie machen wir weiter und da kommen wir vielleicht am Ende dieser Folge nochmal dazu, wo wir kleine Stellschrauben nochmal anziehen oder lockern. Genau, auf das diesjährige Jahr kommen wir auch noch zu sprechen. Also wer hier die Folge anhört, um zu wissen, hey, was kommt denn so auf einen zu? So mega konkret, das werden wir übrigens nicht ankündigen, das kann ich jetzt schon sagen, einfach weil wir nie dafür 100% garantieren können, dass das auch noch wirklich stattfindet. Weil, es ist immer irgendjemand vielleicht mal krank oder ein Gast kann nicht oder man verwirft sich mit dem Termin oder whatever oder der Laptop geht in Flammen auf und man kennt es. Und da sind wir immer sehr vorsichtig, genaue Angaben zu machen, was jetzt als nächstes passiert. Das hat den Vorteil, dass ihr euch überraschen lassen könnt und wir uns auch. Intern aber, das kann ich mal so ein bisschen sagen, war natürlich die Schwierigkeit von drei auf zwei Leute so ein bisschen runter zu gehen. Wie viel mehr Arbeit kommt jetzt auf einen Einzelnen quasi zu und wie kann man dagegen steuern, indem man quasi das Konzept so ein bisschen anpasst. Und ich finde, das ist uns ziemlich gut gelungen. Ich hatte keinerlei im Jahr das Gefühl, dass man überhaupt nicht hinterherkommt oder irgendwie jetzt Schwierigkeiten hätte, Aufnahmetermine zu finden. Ja, also wir konnten das alles immer wunderbar anpassen, einfach weil natürlich das zu zweit auch sehr einfach geht, indem man einem eine kurze WhatsApp schreibt und den kurzen Dienstweg quasi benutzt. Also bevor jetzt irgendjemand denkt, zu dritt war das irgendwie eine reine Katastrophe und das hat nie funktioniert und wir mussten da Terminkalender ein Jahr vorher schreiben oder so. Nee, aber zwei Leute werden sich halt schneller einig als drei Leute, das ist nun mal so. Genau, genau. Und zwei Tonspuren sind auch schneller geschnitten als drei Tonspuren oder bearbeitet als drei Tonspuren. Und insofern ist ein etwas weniger Aufwand und weniger Komplexität in der ganzen Planung steht dem gegenüber, dass wir natürlich eine Person weniger haben, die dann die Arbeit übernimmt. Vorher war es ja immer alle sechs Wochen quasi ist jemand dran, der zwei Folgen plant, moderiert und dann im Nachhinein schneidet. Und jetzt ist es eher so, ach, hast du Zeit? Ja, okay, ich übernehme das und also es ist sehr viel etwas, wie du schon gesagt hast, kürzerer Dienstweg etwas weniger bürokratisch geworden, ohne jetzt, wie gesagt, das abwerten zu wollen, wie wir es vorher hatten, aber es ist doch ein bisschen entschlackt worden. Ja, es ist anders geworden einfach. Das kippt sich alles die Waage. Bei mir persönlich hat sich natürlich auch der Lebensstil so ein bisschen geändert, von Job zu Student. Das müssen wir ja auch nochmal ansprechen. Also da hat sich ja natürlich bei dir im Herbst einiges verändert und man merkt auch, seitdem hast du so ein bisschen anderen Zugang zu Filmen und vor allem auch mehr Zugang zu mehr Filmen. Ja, das sieht man bei Letterboxd vor allen Dingen. Also es ist von, ehrlich, von null. Ich habe schon mal Filme geschaut, so ist es nicht. Aber meistens war es für einen Podcast oder an aktuellen Filmen ins Kino gegangen oder sowas. Und jetzt ist es quasi jede Woche. Obwohl jetzt im Januar, es ist schon wieder ein bisschen zurückgegangen, aber manchmal brauchen wir auch so eine Filmpause, ne? Und dann wieder richtig durchzustarten. Ich hatte halt auch Phasen in diesem Jahr, wo ich dann keinen Bock auf Filme hatte oder keinen Bock auf bestimmte Filme. Und dann war eben vom Frühjahr bis Sommer hat mich ein Spiel namens Elden Ring über mehrere Wochen davon abgehalten, großartig Filme zu schauen, weil es mich einfach 50, 150 Stunden meiner Zeit gefressen hat. Und ja, es gibt dann dieses Hin und Her und so weiter, aber oder dieses Auf und Ab, sag ich mal, aber die Filmleidenschaft ist nach wie vor da und bei dir ist sie ja noch ein bisschen befeuert. Und lass sie das nicht nehmen, lieber Marius, vom Studium, vom akademischen Betrieb. Ich gebe ehrlich zu, dadurch, dass man ja auch Filmanalyse und solche Fächer hat, der Blick auf Film hat sich schon so ein bisschen gewandelt beim Gucken. Also man geht schon, also vorher war mir das ja auch alles bewusst, ne? Also jetzt kann ich halt die Fachbegriffe für ein paar Sachen, aber vorher war mir natürlich auch schon bewusst, was Film besteht und so. Aber trotzdem, wenn man halt tagtäglich damit zu tun hat, entwickelt man langsam aber sicher tatsächlich einen anderen Blick auf Filme und auch andere Qualitäten hat man zu schätzen. Vielleicht, was man gerade auch gelesen hat irgendwie. Man versteht ein paar Kleinigkeiten, auch aus der Filmgeschichte heraus, irgendwelche Sachen. Das ist immer sehr schön. Der Blick wird quasi geöffnet und man kann so ein paar Sachen, ja, genießen. Und ich denke mal, das bleibt jetzt auch im Studium so. Hoffentlich. Wo es extrem krass ist. Ich habe ja jetzt nebenfach, audiovisuales Publizieren bedeutet auf gut Deutsch sehr viel Journalismus. Und wenn du da irgendwie einen Beitrag durchgehst, wie so ein Beitrag aufgebaut ist, so ein typischer Fernsehbeitrag. Und dann war ich jetzt über Weihnachten zu Hause und habe halt mal wieder Fernsehen geschaut. Das ist krass. Also wenn du da das im Hinterkopf hast, wie so ein Beitrag aufgebaut ist und dann, weiß ich nicht, geht jemanden gangelnd lang und man hat zum ersten Mal den Blick so, warte mal, die haben extra eine Kamera aufgestellt und haben zu dem Typen jetzt gesagt, gehen sie mal bitte von links dem Gang nach rechts dem Gang und machen sie die Tür auf oder sowas. Oder gießen sie mal ihren Kaktus oder whatever. Also das ist, da hat man da deutlich mehr im Kopf, was hinter der Kamera passiert. Du meinst so Reportagen und so Nachrichten. Reportagen, Beiträge und sowas. Und das immer auch eingestiegen werden muss in eine konkrete Situation. Dann gehst du wieder zum Allgemeinen hin, das Experten, die Expertin zu Wort kommen und am Ende gehst du dann wieder zur Anfangssituation zurück, um diese Klammer zu schließen. Ja, oder welche Frage, es gibt ja auch immer so diese Straßenaufgaben und dann sieht man ja nur die Antwort und nicht, was gefragt worden ist. Und jetzt weiß man halt auch, dass dadurch, was gefragt worden ist oder was gute Fragen sind, man gute Antworten bekommt. Und da hat man einen deutlich tieferen Einblick, was hinter der Kamera quasi passiert. Und das zerstört auf jeden Fall diese Beiträge. Also das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass in den kommenden Monaten die Fachwörterdichte von deiner Seite hier noch etwas erhöht wird. Selbstredend. Ja, darauf freue ich mich auch. Und natürlich, der Filmkonsum ist gestiegen, mein Kinofilmkonsum ist gestiegen und es macht großartig viel Spaß, natürlich auch mit Kommilitonen, Grüße an dieser Stelle, ins Kino zu gehen und dann darüber auch so unterhalten. Das hat natürlich auch Mehrwert. Und auch immer sehr schön, wenn ich quasi meine Argumentation vorher an Kommilitonen testen kann und dann für einen Podcast dementsprechend anpasse, je nachdem, welche Reaktion das vorruft. Ja, ich bin gespannt, wenn wir einen von denen das erste Mal bei uns hier begrüßen dürfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird auch. Oder gleich die ganze Bagage in einer Folge. Ja, nee, du und Spuren schneidest du aber. Gut, dann wollen wir noch ein bisschen ins Konkrete reingehen und zwar unserer Meinung nach die schlechtesten und die besten Folgen des Jahres. Ich würde einfach mal mit den schlechtesten anfangen, dann haben wir die besten zum Schluss. Schlechteste würde ich, wie jedes Jahr, wenn wir das machen, in Anführungszeichen setzen, sind die Folgen, die uns halt aus irgendwelchen Gründen nicht so gefallen sind, weil irgendwas nicht gepasst hat, weil es, ja, es gibt verschiedene Gründe, warum eine Podcastaufnahme nicht so hinhaut. Gut, ich finde es aber immer sehr wichtig, einfach selbstkritisch zu sein und zu sagen, hey, das war halt mal nicht krimmepreiswürdig. So wie der Rest ist es natürlich, ja, klar, sicher, selbstverständlich. Aber manchmal halt auch nicht und da kann man ja drauf gucken. Und Christian, hast du da was, hast du da was gefunden in der Liste des Jahres? Ja, beim Nachsitzen habe ich mich so ein bisschen schwierig getan. Es gab immer mal so Filmbesprechungen oder einzelne Sachen, wo ich dachte, ja, das war ganz okay oder das war weniger okay. Es gab so ein paar Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, aber dazu kommen wir später. Ich glaube, wenn ich eine picken müsste beim Nachsitzen, die mir am wenigsten gefallen hat, dann wäre es wahrscheinlich Hatching gewesen. Ich weiß auch nicht. Da sind wir irgendwie nicht auf so einen gemeinsamen Diskussionsnenner gekommen. Ich fand den gut, du fandest den nicht gut und wir haben so ein bisschen drumherum gemehrt. Also das war für mich die am wenigsten spannende, unterhaltsame Folge dieses Jahr. Kurz danach kam ja auch noch Card Counter, wo wir quasi dieselbe Situation hatten. Ja gut, aber da haben wir uns ja intensiv gestritten. Also da war irgendwie die Streitlust größer und davon profitiert ja, wie wir mittlerweile festgestellt haben, so eine Podcast-Folge enorm, wenn gestritten wird. Ja, natürlich. Also das wissen wir, glaube ich, seit, was haben wir mal als erste Folge gemacht? Irgendwie als Folge drei oder vier? Welche Filme wir gut finden und alle anderen schlecht und andersrum? Ist das dann nicht quasi die Pleasures gewesen? Ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir es genannt haben. Aber zumindest war da auch schon ein sehr großes Hallo in der Runde. Und die Streitkultur haben wir vertieft in den letzten vier Jahren auf jeden Fall und wissen auch, dass das uns auch sehr viel Spaß macht. Wir streiten sehr gerne oder diskutieren sehr gerne und ich konnte es danach immer noch in die Augen schauen. Aber es macht einfach Spaß, quasi dann so ein bisschen auch ins, ja jetzt nicht mehr, aus dem Objektiven zumindest rauszugehen oder aus dem, wie nennt sich das, nicht wissenschaftlich, aber aus der Comfortzone so ein bisschen rauszugehen. Dass man so ein bisschen den anderen mal pikst und mal gucken, was passiert. Und das macht uns immer sehr viel Spaß. Kann man aber, und dabei bleiben wir auch seit vier Jahren, nicht forcieren. Sondern wir gucken halt Filme und wenn wir halt einer Meinung sind, wie zum Beispiel im Westen nichts Neues, wo wir halt beide fanden, dass der nicht gut war, dann ist das nun mal so, dann renten wir über den Film. Obwohl es natürlich spannender gewesen wäre, wenn einer den gut gefunden hätte und damit habe ich meinen Pik so ein bisschen vorausgenommen im Westen nichts Neues. Weil natürlich uns da jemand gefehlt hätte, um uns zu erklären, mehr oder weniger, aber auch um eine Diskussion anzureden, warum dieser Film halt so gefeiert wird. Weil wir unsere Meinung halt auch noch die Minderheit ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da einen Film auseinandergenommen haben, den ja scheiße findet. Was im Westen nichts heißt, ist es bei dir bei den schlechtesten Nachsitzenfolgen? Ich habe das jetzt mal so mit aufgenommen, ja. Das ist ja erstaunlich, weil bei mir zählt der zu den Besten mit. Das ist mein Liebsten. Ich glaube, ich habe die dreimal oder so gehört, die Folge einfach. Also einfach nur, wie schön wir diesen Film auseinandernehmen. Ja, ja, wir können uns da drin richtig schön suhlen. Ich denke da nur immer an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hat da glaube ich keinen Mehrwert von der Folge. Für uns hat das schon Spaß gemacht, das stimmt. Naja, aber wenn wir ja die Minderheitenposition vertreten, dann hat das ja schon einen Mehrwert, weil man eben nicht total begeistert über den Film hergezogen wird und gesagt wird, was das doch für ein bombastisches Kriegsspektakel ist und wie verachtenswert der Krieg da dargestellt wird und so weiter. Ne, wir haben da eine andere Meinung und ich finde, das muss auch mal sein, dass man, ich meine, gemeinsam auf einen Film draufschlagen macht auch Spaß, so wie Ecke und ich das bei X gemacht haben. Langweilig wird es nur, wenn wir, wenn das irgendwie so Mittelmaß ist, wenn wir beide sagen, der war halt okay, dann wird es halt langweilig. Dann habe ich noch eine Folge quasi aus unserer Perspektive, die, ich weiß bis heute nicht, was das war, aber es war das einzige Quiz, das ich jemals in der Kinotagestätte gewonnen habe und noch mit Benni zusammen, haben wir mal den Musk Schwinger gemacht und einem Disput direkt danach, weil die Show gecancelt worden ist. Das war nochmal eine, eine großartige Leistung unseres schauspielerischen Talents und unseres Improvisationstalentes, dass wir nicht besitzen, was die Folge sehr unterhaltsam macht, für jede andere Ohren, aber ich kann mir die nicht anhören, das ist Fremdschirm hoch 20, also. Also ich erinnere mich doch, was Marx must Schwinger werden sollte, aber was war nochmal IMD-Spute? Ja, das war, glaube ich, wo du raten musstest, ob mehr Frauen oder mehr Männer den Film quasi gut finden oder sowas, durch die IMD-B-Statistik. Nee, wir mussten Filme nennen, die diesen Statistik möglichst entsprechen, okay. Also wie gesagt, kann ich mir nicht mehr anhören, das geht nicht, wie wir den Penis von Girard de Badiou und Robert Digno beschreiben, ist, ich passe auf keine Kuhhaut, das ist schrecklich. Danke nochmal Benni, an dieser Stelle, dass du uns dazu gezwungen hast, allein dafür bin ich nicht. Das war der Absacker. Das war nochmal schön, einen hinterhergeworfen, ja. Und dann habe ich noch, wie geht es weiter mit der Kino-Taggestätte, tatsächlich. Unsere erste Folge, die wir zu zweit gemacht haben. Warum wir diese Folge gemacht haben, weil ich bis heute, also, wir hätten auch einfach das in fünf Minuten kurz vor der Folge einfach erklären können, wie lang gingen sie, 20 Minuten, 20 Minuten gingen sie. Ja, aber es ist doch im Grunde das, was wir jetzt machen, oder? So ein bisschen mal hinter die Kulissen blicken lassen und ein bisschen. Aber war es nicht. Also es war, es war eigentlich nur, ja, wir machen weiter, anders. Wie genau? Schauen wir mal. Ja, aber wir müssen ja auch noch unseren Gedankenhergang erläutern, weißt du? Also hätten wir konkret angekündigt, weiß ich nicht. Es gibt eine Hauptfolge pro Monat und das gibt es drumherum und das sind neue Kategorien und das wollen wir, also so konkrete Schlagworte, dann hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber das war ein Wischiwaschi, also ich habe mir die Folge nochmal angehört. Sondergleichen, weil wir aber auch zu diesem Punkt an da standen, also wir wollten halt mal in eine andere Richtung gehen und mal gucken und was uns gefällt, machen wir und was nicht. Und waren natürlich wieder nicht gewählt, uns auf irgendwas festzulegen. Aus heutiger Sicht hätte man das fünf Minuten abhandeln können in der ersten Nachsitzendenfolge nach der Pause einfach, aber nun gut, ja. Welche Hauptfolge hast du denn am meisten? Welche hasse ich? Folge von mir, also was heißt von mir, wo ich zumindest die Statistik geleitet habe und zwar die besten Box Offices, die Umfrage, hat mir von den Umfragen, die wir bis jetzt gemacht haben, das waren die 100 besten Filme der Dekade und die 25 besten Regisseurinnen, bis jetzt am wenigsten gut gefallen tatsächlich. Das liegt an verschiedenen Sachen. Dreimal Herr der Ringe in den Top 4 oder sowas? Dreimal Herr der Ringe in den Top 4, ja gut. Das auch. Es war nicht das beste Thema, so wirklich, das hat man auch so ein bisschen dran gemerkt, die Resonanz war jetzt nicht riesig, ich glaube sie war ein bisschen weniger als die letzte Male. Ähm, einfach weil das Thema nicht so klar war, es waren die besten Box Offices, aber auch nur seit 2000, weil er die Statistik halt reingeholt hat, dann wollte ich glaube ich unbedingt 100 Filme, ne 88 Filme hatten wir genau, an die Zahl kann ich mich erinnern. Ähm, und weil ich dann noch die besten Deutschen oder die größten Box Offices aus Deutschland reingenommen habe, es war irgendwie ein bisschen, also da hätte man für eine Umfrage, wo Leute einfach nur auf irgendwas klicken sollen oder sich ein Ranking da einordnen sollen, ähm, braucht man was Klareres, habe ich gemerkt. Dass es dann wieder ein bisschen größer macht, aber auch, oder bei den RegisseurInnen, ähm, macht es aber auch dann wieder den Aufwand mehr, weil dann müssen sich die Leute was überlegen und dann eingeben und ne, also das ist mal noch so eine, so eine Sache, die nicht einfach ist und wo man immer irgendwelche Abstriche machen muss. Ja, ja, auf jeden Fall, also, ich hab so ein bisschen glaube ich daraus gelernt, beim nächsten Mal werde ich etwas Einfaches machen, etwas, wiederum nichts zu Allgemeines, also wenn man sich jetzt denkt, ja, dann mach doch einfach die besten Filme aller Zeiten, ja, nee, so viele Leute haben wir halt nicht, die abstimmen, hätten wir 30.000 Leute, die abstimmen, ja, dann kommt was Klares bei raus, aber bei, weiß ich nicht, wenn wir jetzt 100 zusammenbekommen oder 150, äh, dann haben wir halt auch dementsprechend eine riesige Auswahl an Antworten und, ähm, sehr oft wird dann nur ein Film genannt oder sowas, also es darf halt nicht so allgemein sein und ich guck mal, ich muss mir das noch überlegen, aber auf, also ich hab wieder Bock drauf auf jeden Fall, weil ich halt Fan davon bin, eine Exit-Tabelle wieder anzulegen, äh, dass ich es irgendwie dieses Jahr vielleicht nochmal, äh, versuchen mit einem anderen Thema, äh, aber ich denke mal eher zu Ende des Jahres hin, I guess, ja, vielleicht kombinieren wir es mit der Folge 100, mal gucken, schauen wir mal. Ja, kommen wir doch zu schöneren Themen, oder? Äh, was ist deine, deine, äh, Hass-Folge? Achso, hab ich noch gar nicht genannt. Nee, stimmt. Ja, es ist, ich mein, wir haben jetzt hier die Tradition, wir nennen immer eine eigene Folge von uns, gut, ich hab noch die, ich hab noch die schönsten Filme aller Zeiten aufgewählt, weil das war, also es war so eine Erklärung, vielleicht, weiß ich es nicht, Dieter, aber normalerweise ist es so, dass einer von uns beiden, oder halt am Anfang des Jahres noch zu dritt, für die Folge, in Anführungszeichen, verantwortlich ist, also mit dem Thema dann halt so ein bisschen ausarbeitet und dann sagen die anderen noch, jo, okay, oder könnte man dies oder jenes noch machen, ja. Ähm, die schönsten Filme aller Zeiten, das war, kann man machen, aber irgendwie war es auch, war es auch ein bisschen willkürlich, aber nein, die tatsächlich am wenigsten, Folge, die ich am wenigsten mochte, war Nostalgie, weil das war gefühlt eine Stunde so drumherum gelaber, einfach nur, also da sind wir nicht zum Punkt gekommen, da haben wir nicht nur wirklich eine Linie gefunden, oder nicht zu einem wirklichen Diskussionsergebnis gefunden. Ja, gebe ich dir tatsächlich recht, schwieriges Thema im Nachhinein, tatsächlich da irgendwie die Mischung auszufinden zu, wir lieben Nostalgie oder, oder lieben natürlich irgendwie Sachen, uns wieder anzuschauen, gleichzeitig, äh, haben wir auch ein Problem damit, das hätte man auf jeden Fall konkretisieren können. Irgendwann, glaube ich, in der Folge hast du gesagt, ja, das ist so der Weg zum Konservatismus, äh, vielleicht hätte man da irgendwie noch so ein bisschen, ich sag nicht polemischer, aber zumindest irgendwie stärker auf eine Sache fokussieren können, auf einen Satz oder auf eine Arbeit oder sonst was. Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie geht man an das Thema ran, geht man wirklich mit seiner eigenen Meinung ran oder im Sinne der Diskussion verstärkt man seine eigene Position oder geht man etwas in eine extreme Richtung mit, mit so einer Meinung in die Diskussion rein, einfach um sie zu befeuern und um Konflikt zu schüren, um einfach zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen stärker eine Position beziehen können, einfach um das Ganze noch erfrischender zu machen, aber dass, dass es da am wenigsten Redebedarf gab, sieht man schon allein in der Laufzeit, ich meine, das ist die kürzeste Hauptfolge, die wir dieses Jahr hatten mit 63 Minuten. Und das ist dann schon immer ein Zeichen dafür, auch wenn wir nicht krampfhaft immer sagen müssen, oh, wir müssen unbedingt auf die anderthalb Stunden kommen, sondern wir haben ja gesagt, okay, wenn wir mal bloß bei 60 Minuten sind, aber letztendlich zeigt das immer, wenn Redebedarf da ist, dann wird es ja länger und das war halt die kürzeste Folge, weil anscheinend am wenigsten Redebedarf da war. Gut, kommen wir jetzt zu schöneren Dingen? Jetzt kommen wir zu schöneren Dingen. Und zwar die besten Folgen des Jahres und ich würde sagen, wir machen es genauso wieder, fangen mit dem Nachtsitzen an, gehen zum Hauptfolgen über, ich würde einfach mal den Nachtsitzen anfangen. Äh, was sagt mein schlaues Wort Dokument dazu? Und zwar, sehr schön, fand ich, äh, noch mit Benni zusammen negative Kritiken zu unseren, äh, Lieblingsfilmen, wo wir uns quasi gegenseitig zum Weinen gebracht haben, äh, eine Idee, glaube ich, die auch schon seit Anfang dieses Podcast besteht, dass wir uns quasi zu unseren Lieblingsfilmen, äh, also, äh, Kritiken vorlesen und, ja, damit so aushalten müssen quasi, was andere Leute über unsere Filme, äh, äh, denken, äh, fand ich sehr lustig einfach. Ich fand's wirklich sehr gut. Ja, ja, für mich hat die Idee irgendwie nicht gezündet, weil, ich meine, man liest so viel, äh, Bullshit über Filme, die man mag oder die man nicht mag im Internet, wo die dann hochgejubelt werden oder wo sie niedergeschrieben werden, halt, das ist ja der schlimmste und das ist der dümmste Film aller Zeiten, wo man denkt, naja. Ja, aber es waren auch irgendwelche fadenscheinigen Begründungen dabei oder sowas, also, ich fand's auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, also, das Konzept ist interessant, bloß irgendwie, also, das Ziel, jemanden damit zu weinen zu bringen, das geht halt irgendwie nicht. Also, da müsste sich schon wahrscheinlich, äh, negative Kritiken zu, zu Familienmitgliedern oder sowas oder zu Haustieren, äh, sein, damit das irgendwie in den Bereich des Emotionalen geht. Wir sind ja alle abgeartete Social-Media-Hunde. Natürlich, äh, selbstverständlich, ihr könnt uns beleidigen, wie ihr wollt. Ähm, ja, aber die fand ich, fand ich sehr, sehr schön, ähm, und sonst halt was, was immer Spaß macht, ne? Also, Quissen mit Yannick zusammen, 5 von 5, finde ich, hat, äh, gut funktioniert. Das, das letzte Quiz, was wir gemacht haben, am Anfang des Jahres haben wir einen Quiz gemacht. Äh, ich höre immer wieder sehr schön, sehr gerne, wenn du Interview führst, ähm, diesmal über Filmtourismus, sehr gerne die Folge angehört. Einfach, einfach mal informativ, geht ja auch. Ähm, ja, genau. Und, wenn ich aber eine Folge küren müsste, dann wäre es quasi unser Doppelteiler zu Herr der Ringe und, ähm, Game of Thrones, einmal unsere Vorschau und dann auch die Nachbetrachtung. Äh, war zwar vielleicht das anstrengendste, in Anführungszeichen, was wir dieses Jahr gemacht haben, weil man halt zwei Serien gucken musste, ähm, was halt schon ziemlich viel ist und bei Herr der Ringe war es dann auch ein bisschen anstrengend, am Anfang noch. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, vorher uns zu überlegen, was passiert und dann nochmal danach zu schauen, was daraus geworden ist und wie wir es dann wirklich finden. Ja, sehr schön. Wenn wir es nochmal machen würden, einziger Kritikpunkt, man könnte es vielleicht sogar in eine Folge packen. Also man könnte halt vorher irgendwie aufnehmen, was wir gedacht haben und dann die Nachbesprechung machen. Also Mario sagt die Vergangenheit voraus. Ja, so ein ähnliches Format haben wir ja auch bei Kinozeit, wo wir dann irgendwelche Klassiker nachholen und vorher schon mal, die wir noch nicht gesehen haben, und vorher schon mal aufschreiben, was ist unsere Erwartungen und dann nach dem Schauen noch den zweiten Teil des Artikels schreiben. Ja, das war natürlich ... Ich bin jetzt gerade der Nachbesprechung so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil gerade House of the Dragon hat bei mir doch im Laufe der Monate noch mal mehr Nachhall gehabt. Als das Ende der zehnten Folge gelaufen ist, war ich richtiggehend enttäuscht davon und hatte eigentlich gedacht, also wenn ich jetzt Ende von den beiden Serien nochmal gucken würde, dann wäre es Herr der Ringe. Aber mittlerweile hat das doch mehr nachgewirkt und ich habe die Qualitäten von House of the Dragon damals so ein bisschen unterschätzt. Ja, das ist ja sowieso auch noch das, was ... Man müsste es quasi nach einem Jahr nochmal machen oder auch mit Filmen. Das ist ja super interessant, wie das dann ein Jahr später ist. Bei mir ist es auch nochmal gewachsen, aber ich habe jetzt auch über Weihnachten Feuer und Blut durchgelesen und weiß jetzt quasi, wie gut sie es auch wirklich gemacht haben an dem Buch gehangelt und kann mich jetzt noch mehr drauf freuen, was auch von zukommt. Ja, bei mir, ich hatte es schon angedeutet, da in den Top 3, sage ich mal, ist unter anderem in Westen nichts Neues. Dann die Football-Filmenfolge mit Danny vom Nerdball-Podcast. Das war so ein bisschen einerseits einfach auf persönlicher Ebene schön, weil wir haben, also es ist wirklich zehn Jahre her, seit wir was miteinander zu tun hatten und damals so ein bisschen abgehangen haben und quasi im gemeinsamen Freundeskreis hingen. Und jetzt hat das Podcast uns wieder zusammengeführt und er hat seine Expertise, seine Football-Expertise mitgebracht. Und wir haben einfach so ein bisschen über Football an sich, also tatsächlich über Football an sich zu reden, hat mir fast noch mehr Spaß gemacht in dieser Folge, als über die Filme zu sprechen. Aber auch bei den Filmen hat es natürlich Spaß gemacht. Und ich glaube aber, eine der schönsten Nachsitzendfolgen tatsächlich für mich war, dass wir werden Filmmillionäre, weil das war ja so eine Folge, wo du gesagt hast, ja, können wir mal einfach mal eine Überraschungsfolge machen. Also ich verrate dir einfach mal nicht, was ist und dann kommen wir an und dann starten wir die Aufnahme und du kommst mit diesem Wer wird Millionär fragen. Und das war schon mal ganz schön, aber wie wir das Ding gerockt haben, das war dann nochmal die Sahne auf der Torte. Auf jeden Fall. Diese Wer wird Millionärfilm-App quasi oder die Kategorie haben wir auch letztens noch mal in der Bar gespielt. Da lief es nicht so gut. Also die Millionenfrage haben wir, glaube ich, nicht mehr geschafft. Also wir waren schon richtig gut da. Ja, das macht ja immer Spaß. Also dich zu überraschen. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, haben wir mit Filmen. Persönlichkeitstest war es doch dann, ne? Persönlichkeitstest habe ich euch mal überrascht. Das liebt ihr, glaube ich, bis heute. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Aber einfach nur, bis die Reaktionen ... Benni ist immer schlechter, während der Laune zu hören, hat mir immer Spaß gemacht. Und wir haben auch mal Quartett gespielt. Das war auch eine Überraschung. Ja, stimmt. Das war auch eine schöne Folge. Aber das war nur halb überraschend, weil du vorher gesagt hast, wir sollten zehn Filme nennen. Und weil Benni es besonders exotisch wollte, hat er dann die Arschkarte gezogen in den Kategorien. Die haben tatsächlich letztens noch mal gehört, die Folge mit dem Quartett. Und da haben wir die Aufnahme verkackt damals. Da mussten wir die Anfang noch mal neu wiederholen und kamen quasi aus den Kischern nicht raus, dass wir das Ganze jetzt noch mal aufnehmen. Stimmt, ja. Sehr schön. Ich erinnere mich. Gut, die Hauptfolge, deine Lieblingshauptfolge. Ach, auch da fühlt es mir schwer, was Endgültiges zu nennen. Also tatsächlich, auch hier die Leitlinie, alles, was mit Gästen war, hat mir sehr viel Spaß gemacht immer. Die Korea-Folge mit Yannick war sehr schön. Ich fand die Diskussion zur Trennung von Werk und Autoren mit Ecke, fand ich überaus ergiebig und spannend und nicht zu simpel, gleichzeitig aber auch nicht überkomplex. Da war noch ein bisschen Theorie mit drin mit Roland Barthes Text. Und das war für mich so ein schönes Gesamtpaket, wo wir am Thema geblieben sind, wo wir verschiedene Aspekte gemacht haben, aufgenommen haben. Und das war für mich eine sehr schöne Folge. Und die trennt sich, die teilt sich eigentlich den ersten Platz mit unserer Cameron-Doppelfolge. Weil das macht mir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich da durch die Filmografie dieses Mannes zu arbeiten. Und dass wir dann den wirklich chronologisch von Anfang bis Ende durchziehen, inklusive natürlich des neuen Films Avatar 2. Und zu gucken, was sind so die gemeinsamen Motive-Elemente, die er aufgreift und woran ist eigentlich der Erfolg begründet dieses Mannes. Ja, da gehe ich mit, auf jeden Fall. Also auch quasi mit genau denselben Folgen. Ich würde noch in den Ring schmeißen, erstmal unsere Jahresrückblick-Folge, die natürlich immer jedes Jahr so ein Highlight darstellt. Letztes Jahr aber nochmal besonders, weil das ging ewig. Das war wirklich der Aufnahmeprozess, also so ein bisschen interner, aber der Aufnahmeprozess war übel schwierig. Und am Ende hat Benni auch nichts Besseres zu tun, wie uns nach dieser Aufnahmesession noch zu sagen, dass er aufhört mit dem Podcast. Das tue ich mir wirklich bis heute ankreiden. Das war der schlimmste mögliche Zeitpunkt, der wir alle geschafft haben. Schön aber da gegenübergestellt, die aus mir romischer Erziehungsschelle. Unsere letzte Folge zu dritt. Wer ein bisschen Pippi in die Augen haben will, guckt sich die Folge nochmal an. Immer wieder gern gesehen, wenn Benni quasi seine Schlusssätze sagt. Man merkt, es fällt ihm gar nicht so einfach. Hätte er nicht gedacht. Das höre ich mir sehr gerne. Ich habe bei meiner Aussage so ein bisschen die Folgen ausgeblendet, die wir noch mit Benni zusammen gemacht haben. Ich habe erst mit dem Relaunch, wenn man so möchte, die Folgen geschaut. Aber natürlich die aus mir romischer Erziehungsschelle ist auch einer meiner absoluten Favoriten des Jahres. Und im gleichen Zeitpunkt muss man natürlich noch die Silber in Armbritsch nehmen. Wo das Punkte- und Wertesystem ein bisschen merkwürdig war, weil wir so einen Algorithmus hatten quasi, der uns die Duelle zugeschustert hat. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt auf jeden Fall noch für seine Hassfiguren zu kämpfen quasi. Das war sehr spaßig. Ja, aber sonst, wie du auch schon gesagt hast, Silke Warnisch, Kino, Werk und Autor, James Cameron, Doppelteiler, großartig. Gut, dann haben wir es so ein bisschen. Werfen wir euren Blick auf 2023 ganz kurz, was wir vorhaben. Erstmal die Nachricht, die euch nicht überraschen wird. Wir sagen es trotzdem, der Podcast bleibt bestehen. Und wir machen erstmal auch so weiter. Wir haben noch lange nicht genug, wir haben noch mehr als genug Themen auf der Uhr und werden vom Prinzip erstmal so weitermachen. Das heißt, es gibt allgemeine Filmbesprechungen, es gibt immer wieder besondere Themen. Auch da haben wir immer wieder Lust drauf. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir so eine Folge über The Simpsons gemacht oder über Disney+. Also Sachen, die uns einfach spontan einfallen, zu sagen, hey, darüber könnte man auch einfach mal sprechen. Abseits jetzt vom genauen Filmthema. Auch das bleiben wir bei, auch die Hauptfolgen natürlich. Und irgendwann in diesem Jahr kommt die Folge 100, wo wir wissen, worum es geht oder ziemlich genau wissen, worum es geht. Und es euch aber noch nicht sagen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, wir bleiben auch dabei, dass wir jeden Freitag eine Folge raushauen. Weil dieser Rhythmus ist, glaube ich, einfach wichtig für uns, dass wir dranbleiben und das Ganze nicht schleifen lassen. Dass wir nicht sagen, lass uns doch mal für dann und dann eine Folge machen und when it's done und so weiter. Einfach, dass wir so einen gewissen Arbeitstakt drin haben. Und immer am Ball bleiben. Und gleichzeitig ist es, wir haben es schon mehrfach gesagt und es ist auch so, gilt weiterhin für mich und ich nehme mal an auch für dich. Es macht uns noch Spaß und es soll uns vor allem auch weiterhin vor allem vor allem Spaß machen, diesen Podcast vorzubereiten, aufzunehmen und nachzubereiten. Und solange das Spaß macht, macht es hoffentlich auch euch da draußen Spaß. Das ist halt die Hauptsache, dass wir es natürlich auch für unser Publikum tun, aber es eben auch für uns tun, dass das für uns so ein bisschen ein Projekt ist, an dem wir einfach Freude haben. Genau und wir hoffen, dass ihr genauso viel Freude daran habt. Um euch nicht komplett leer rausgehen zu lassen, tease euch doch jetzt ein bisschen was an. Und zwar, dass wir im Februar tatsächlich mal eine etwas neue Kategorie ausprobieren. Im Februar? Nee, noch Ende Januar? In den nächsten Wochen, sagen wir es mal. In den nächsten Wochen probieren wir tatsächlich mal, ja, nicht was komplett Neues aus, aber zumindest etwas, was wir vielleicht regelmäßig, regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen, so formuliert man das, vielleicht machen könnten, wenn das gut funktioniert. Aber das ist zumindest eine kleine Neuheit, neue Kategorie und darauf könnt ihr euch drauf freuen. Und natürlich auch die Hauptfolgen, die wieder sehr spannend werden sollen. Und vielleicht neue Gäste, alte, bekannte Gäste. Auch da haben wir natürlich immer Lust drauf. Das Jahr ist wahrscheinlich schneller rum, als wir denken können. Du willst nicht mehr teasern? Willst du es genau sagen? Naja, ich meine, also vielleicht noch ein anderes Format, was wir planen für dieses Jahr. Das würde ich schon ganz gerne verraten. Verrat, ich weiß es nämlich nicht. Okay, und zwar gibt es ein Jubiläum, was zu feiern ist. Jetzt muss ich das nochmal kurz gucken, was genau die Zahl ist. Genau, und zwar hat eine sehr berühmte Figur der Popkultur in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag, nämlich James Bond. Und zu diesem Anlass haben wir uns gedacht, wir gehen mal quasi über das Jahr alle 25 Bond-Filme durch. In welcher Form wir das jetzt genau machen, ob wir nach Darsteller, nach Jahrzehnt gehen, da sind wir uns noch nicht ganz so einig, aber das ist quasi unsere Idee, dass wir diese Reihe nach und nach durchgehen, bis wir halt irgendwann durch sind. Also wir sagen uns jetzt nicht, hier alle zwei Wochen muss das und das erscheinen, aber dass da so eine gewisse Regelmäßigkeit ist und dass wir uns an dieser Reihe entlangarbeiten und gucken, wie hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und je nachdem, wie das läuft, dass dann nach Abschluss dieser Reihe vielleicht dann noch auf andere Sachen zu übertragen. Genau, also dass ihr immer wieder in eurem Podcast-Feed quasi seht, ah, sie reden wieder über Bond, Teil 1, Teil 3 und sowas. Genau, da schauen wir mal, wann wir damit beginnen. Und sobald uns eine gute Alliteration für den Titel anfällt, legen wir los. Wir sind dann die Bond-Bitches. Gut, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Wir hatten unseren vierten Geburtstag, wir freuen uns sehr, dass wir vier Jahre alt geworden sind. Wir freuen uns noch mehr, wenn wir fünf Jahre alt werden. Wir haben Bock auf ein gutes Podcast, ja. Wir haben Bock drauf, dass ihr hoffentlich auch Lust auf unsere Folgen habt. Und wir würden uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung freuen. Das geht außer Frage. Gut, das war's mit unserem vierten Geburtstag. Danke, Christian. Danke auch dem Marius. Danke an euch da draußen für eure Treue, fürs Reinhören, falls ihr erst seit kurzem dabei seid. Wir freuen uns immer, wenn wir Hörerzahlen haben und wenn wir Rückmeldung kriegen. Das ist für uns halt ganz wichtig, dass wir in irgendeiner Form Rückmeldung kriegen, was hat funktioniert, was nicht. Deswegen da wären wir sehr dankbar, wenn da ein bisschen was von euch kommt. Ja, da glaube ich, widerspricht keiner. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit irgendwas Filmischen. Mit irgendwas, ja. Gut, bis denn. Ciao, ciao.